Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind hier vor den Toren Hamburgs im Alten Land, eine unglaublich schöne Gegend in der Nordic Edelbrennerei. Wir haben heute das Privileg, mit Martin Birk-Jensen ein Interview zu führen. Er ist Inhaber und Gründer von SkinChin. Die Chin-Freunde unter euch werden den SkinChin definitiv kennen. Er ist mittlerweile sehr, sehr bekannt in Deutschland. Und warum sprechen wir mit Martin und über was sprechen wir mit Martin? Das Thema des Podcasts ist Querdenken, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Querdenken eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, um letztendlich als Gründer, als Erfinder, als Inhaber, seine Idee auch weiterzuentwickeln. Und Martin kann davon ein Lied singen. Das werden wir jetzt auch gleich in dieser Podcast-Folge gleich nochmal ein bisschen vertiefen, weil er seine Urlaubsidee, die er hatte, letztendlich auch umgesetzt hat und damit auch sehr, sehr erfolgreich ist. Von daher herzlich willkommen, Martin. Freut uns sehr, dass das klappt. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich würde ganz gerne beginnen mit dem Thema Querdenken generell. Also Think Outside of the Box ist auch so ein Begriff, den man gerne verwendet. Wenn du so rückblickend, und wir kommen gleich nochmal auf deine Geschichte, wenn du so rückblickend auf deine Geschichte schaust, war da Querdenken ein wichtiger Aspekt? Ich glaube, jedes Mal, wenn man ein Produkt oder eine neue Firma gründet, dann muss man immer querdenken, wenn man erfolgreich sein will oder Erfolg haben möchte. So definitiv ist Querdenken immer ein wichtiger Faktor, um erfolgreich zu werden. Ja, du hast ja deinen eigenen Gin entwickelt. Wenn man da nochmal in die Historie zurückblickt, warst du glaube ich 2014 im Urlaub in Griechenland und da kam die Idee, einen eigenen Gin zu entwickeln, oder? Ja, ganz genau. Also das war in Kalamata, auf einem griechischen Festland. Und ich bin eigentlich selbstständiger Schiffsmakler vom Beruf her. Und den Alltagsstress verfliegt immer so schön, wenn ich im Meer schwimme. Deswegen liebe ich im Meer so schwimmen. Und dabei habe ich gedacht, es wäre ganz lustig, meinen eigenen Gin zu haben. Und bin auch relativ schnell auf die sieben Botanicals, wie das so schön heißt, was im Skin Gin drin sein sollte, weil ich halt gerne frische und fruchtige Komponenten mag, statt die erdige und bittere Noten, was in vielen anderen Gins dominant sind. Und dann habe ich halt erst überlegt und recherchiert auf Google, abends im Bett im Hotel, wie man überhaupt Gin macht. Ich hatte zwar zu Hause 40 verschiedene Gin-Sorten, zu denen seid schon einfach so online gekauft. Und dann habe ich mich bei einem viertägigen Exklusiv-Brennkurs, Exklusiv sage ich, weil das nur für mich sein sollte. Das war ja mein großes Geheimnis, dass ich einen eigenen Gin machen wollte. Das wollte ich nicht mit anderen Teilnehmern, deswegen war es auch ein Tick teurer. Da habe ich mich angemeldet. Und dann habe ich aber nachher gedacht, ich konnte meiner Frau nicht erzählen, dass ich neben der Schifffahrt-Stress noch vier Tage nach Alkohol düse, um Gin zu brennen. Und dann bin ich vom Urlaub zurückgekommen und das war ein Samstag, weiß ich noch. Und dann saß ich im Sommer, im August da und auf meiner Treppe und habe gedacht, dann google ich mal Brennereien in all das Land, weil ich wohne im Altenland. Und dann bin ich erst auf einer Brennerei, die liegt ein Kilometer von meinem Haus. Die hatten es Samstag zu, zu deren Pech heute. Absolut. Die zweite war halt die Nordickelbrennerei und ich rief Brennmeister Arndt Wessel an und habe von meiner Idee erzählt. Und er meinte, ja, so eine Idee haben viele und wenn die Leute erstmal herausfinden, was es eigentlich kostet, dauerhaft so ein Produkt auf dem Markt zu halten, dann hört man meistens nie wieder von dem. Und er meinte, ja, ich habe ein paar Euros übrig von den Vorjahren in der Schifffahrt und dann dachte ich, ja, ich gehe mal das Risiko rein. Und bin hier vorbeigekommen, das ist auch nur zehn Minuten von meinem Haus entfernt. Und er hat dann erstmal nach meinen Vorgaben, welche Botanicals ich drin haben wollte und welche Qualität hat er eingekauft und drei verschiedene Destillate aufgesetzt, der so in die Richtung gehen sollte, was ich meinte richtig war. Und dann hat er erstmal drei Proben gegeben und das war halt nicht so genau die Richtung, wo ich zufrieden war. Und dann haben wir immer ein bisschen mehr maokanische Minz-Destillat, wir haben ein bisschen mehr Zitrone, ein bisschen mehr Orange, weniger Limette, blablabla, gemacht. Und bei Probe 21, da war ich dann 100% zufrieden. Und das war halt genauso einzigartig vom Geschmack her und unvergleichbar zu dem, was ich bisher auf jeden Fall auf dem Markt getrunken habe, an anderen Ginsorten. Und dann habe ich halt die Freigabe gegeben an ihn und währenddessen habe ich halt gleichzeitig auch das Flaschendesign entwickelt. Und Mitte März 2015 sind wir dann auf den Markt gegangen mit dem Produkt. Da hast du jetzt in dieser Story uns schon ganz, ganz viele Vorlagen gegeben, auch was Querdenken angeht, da kommen wir dann gleich auch noch dazu. Was mich so interessiert, man muss ja letztendlich, wenn du sagst, Probe 21 war dann so letztendlich die Probe, die für dich gepasst hat. Man muss ja ein unheimliches Gespür auch und einen Sinn haben für die unterschiedlichen Geschmäcker, die man da rausschmeckt etc. Das heißt, du hast auch in der Vergangenheit vor deinem eigenen Gin da schon den großen Failbild dafür gehabt und konntest das auch recht gut rausschmecken, oder? Ist das richtig? Also lass uns sagen, das war so ein bisschen zufälliges Querdenken, was bei Skinjin der Fall war, weil eigentlich wollte ich erst mal nur 500 Flaschen für meine Schifffahrtskunden machen. Da hat wahrscheinlich definitiv auch ein bisschen Ego mitgespielt. Ja, das war mein eigenen Gin. Aber dann in diesem ganzen Entstehungsprozess sind halt Zufälle passiert, dass ich konnte mich entscheiden zwischen zwei verschiedenen Designs, was ich entwickelt hatte und da nehmen wir einfach beide und dann ist so ein zu dem anderen gekommen, dass wir auch durch einen Zufall haben wir uns auf eine Messe angemeldet in Hamburg und da sind halt viele Edekaner, viele Gastronomen gekommen und da haben wir einfach auch im Prinzip auch Spaß und Neugier das Produkt angeboten auf dem Markt. Die Schriftgrößen, was Alkoholprozent und so weiter heißt, die Flasche war noch gar nicht richtig, also da hat er mich noch gar nicht richtig mit auseinandergesetzt und war eigentlich gar nicht verkehrsfähig, weil das muss irgendwie 4 Millimeter statt 3 Millimeter sein, was wir hatten. Da gibt es Vorgaben. Da gibt es Vorgaben, also Alkoholprozent und Füllmenge der Flasche etc. Naja, auf jeden Fall sind wir dann schon bei der Messe, das ist eine Messe, die heißt Gastrovision in Hamburg, was jedes Jahr stattfindet im Empire Riverside Hotel und da sind wir halt gleich gelistet worden bei ein paar verschiedenen Einzelhändlern und Gastronomen und ich dachte, naja, dann versuchen wir nächste Woche mit einem Großhändler in Hamburg, dann rief ich auch beim Großhändler an und meinte, ja, ich wollte gerne einen neuen Gin vorstellen und die meinten, naja, nicht noch einen Gin, weil halt schon damals in 2015 war der Markt halt recht voll mit verschiedenen Ginsorten und ich meinte, ja, aber der schmeckt ganz anders als alle anderen Gins, was ihr jemals probiert habt, das sagen auch diese Tierhersteller und ich meine, aber diesmal, ich verspreche, dass es wirklich nicht annähernd irgendwas ähnliches offen war und dann habe ich dann einen Termin bekommen und habe natürlich mit meinen, ja, gleich geglänzt, dass ich zwei Stunden zu spät kam, weil in Finkenwerder, was zwischen Altenland und Hamburg liegt, war ein Verkehrsunfall und alles war abgesperrt. Super Einstieg, oder? Super Einstieg und das war wiederum ein Zufall, weil dadurch kam mir halt zu spät und während des Meetings kam ein Anruf von einem, sagen wir mal, bekannten Hamburger Edeka-Leiter, der hat zwölf Märkte oder zehn Märkte hat und der wollte gerne mit seinen Abteilungs- und Filialleiter vorbeikommen mit zwölf Mann und, sagen wir mal, der Großhändler wusste gar nicht, was er mit denen anfangen soll. Die saßen damals in einem großen alten Bunker in Hamburg, komplett unschön, einfach nur gut temperiert durch die dicken Wänden, aber komplett unschön, um irgendwie Besuche abzustatten. Und dann fragten sie mich, ob ich Lust hatte, ein Gin-Tasting zu machen, weil dann hatten die halt irgendwas, was die denen anbieten konnten. Und ich so, ja, ich wusste erst mal gar nicht genau, was ich über meine Marke erzählen sollte, weil so affin war ich halt immer noch nicht in die ganzen Destillationsprozesse und so weiter. Aber ich habe einfach beim lokalen Kiosk dann Eiswürfel gekauft und Rosmarinzweige und Orangen für die Zesten, was unser Signature Gin Tonic ist. Und um das kurz zu machen, dann am Ende von diesem Gin-Tasting, da wurden wir dann gelistet in die zehn Edeka-Märkte in Hamburg. Und das über den Großhändler, da waren wir automatisch beim Großhändler drin. Und heutzutage ist es halt immer so, was kommt so jetzt, Henne oder Ei? Also man will gerne bei den Großhändlern rein, aber dafür braucht man Kunden, die das Produkt kaufen wollen. Dann geht man zu den Kunden, da muss man erst mal fünf, sechs, sieben verschiedene Kunden sammeln, die das auch beziehen wollen. Und dann kommt man dann rein. Und das ist nicht immer so einfach, das gleichzeitig alles hinzukriegen. Und dann hatten wir natürlich eine gute Referenz gehabt, dass wir die Edeka-Niemers, wie die heißen, als Kunde hatten und haben natürlich auch alle anderen Edekas und so weiter gesagt, dass wir da als Kunde sind. Und eins nach dem anderen hat es sich dann erweitert. Und dann war ich im Mai, also wo wir Mitte März auf den Markt gekommen sind, war ich im Mai auf eine Schifffahrtsmesse in Antwerpen in Belgien. Und auch durch Schifffahrtsbekanntschaften bin ich mit so einem Importeur von Spiritosen in Kontakt gekommen, bevor die Messe anfing, auf den Dienstag, weiß ich noch. Und als ich dann Donnerstag nach Hause fuhr, dann bestellte er 900 Flaschen bei mir. Und ich hatte 450 Flaschen erst produziert. Okay. Und wenn man erst mal so etwas produziert im kleinen Stil, dann kriegt man halt auch nicht sofort wieder neue Flaschen oder sofort neue Korken. Und der Gin dauert auch ein bisschen, bis das produziert ist. Insbesondere bei uns, weil jeder Flasche ummantelt wird mit diesem Lederpapier in einer Manufaktur in das nördliche Bayern. Und er hat das gerade auch nur einmal gemacht für uns. Aber ich habe den Auftrag natürlich trotzdem entgegengenommen. Und als dann vier Wochen vergangen war, dann musste ich ihm anrufen und sagen, dass die Palette leider umgekippt war und dass zwei Drittel der Flaschen kaputt gegangen waren. Also ich hatte noch gar nichts fertig, aber hat er mir abgekauft. Und dann hatte ich natürlich drei Wochen mehr Zeit, um alles hinzukriegen. Und dann hatte ich mittlerweile dann ja 1200 Flaschen verkauft innerhalb von den ersten eineinhalb Monaten. Und dann dachte ich halt, ja vielleicht soll man doch ein Produkt draus machen, was auch auf dem Markt verteilt werden kann. Das sind dann die Anzeichen letztendlich, die man braucht, um Vertrauen in das Produkt zu bekommen, oder? Genau. Um letztendlich zu sagen, hey, das macht Sinn, das zu machen. Eben. Und dann, um darauf zurückzukommen, ob ich Ahnung von Gin hatte, also wegen den ersten Proben. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich weiß halt, was mir schmeckt und was ich als einzigartig vom Geschmack empfinde. Und ich war halt der Meinung, dass wenn man einen Verholter-lastigen Gin haben will, davon gibt es 6000 auf dem Markt. Oder wenn man einen citruslastigen Gin haben will, gibt es auch wie Sand am Meer. Aber ein Gin, der eine Hauptnote von marokkanischer Minze und vier verschiedene Citrus-Distillaten hat, das gibt es noch gar nicht. Und bis heute immer noch nicht annähernd ein Gin, der so polarisiert vom Geschmack her wie der Skin-Gin. Und das wäre von den anderen Herstellern natürlich auch ein bisschen blöd, sowas zu machen, weil jetzt verbinden natürlich die Welt, würde ich fast sagen, einen Minze-lastigen Gin mit Skin-Gin. Deswegen wäre alles anders ein bisschen abgeguckt. Was mich jetzt auch so interessieren würde, was glaubst du denn auch, warum damals die sich auch für dich entschieden haben? Du sagst ja auch, du hattest da gar nicht so viel Ahnung, aber du hast ja trotzdem die Kunden überzeugt. Was war das, was denkst du, was glaubst du, was hast du gemacht, dass die Kunden gesagt haben, ja, finde ich cool. Also eine Mischung, dass das Produkt natürlich geschmeckt hat, ob sie meine Geschichte mit den verschiedenen Skins verstanden haben, weiß ich nicht genau. Und natürlich auch ein bisschen Glück, so wie, dass sie nett sein wollten, dass sie sich selber nicht eingeladen haben, ohne irgendwas da im Auftrag zu geben. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Natürlich überzeugt der Geschmack als erstes, bei jeder, das muss natürlich schmecken. Und dann auch, weil es halt vom Optik der Flasche auch eine Querdenkung ist, dass normale Gin-Flaschen sind in runden Flaschen. Wir haben halt als einzige eine komplett ummantelte Flasche und eine viereckige Flasche, der halt aussieht wie so ein Parfumflakon. Und man sieht halt nicht, ob die Flasche voll oder leer ist. Sprich, auch wenn der leer ist, bleibt der bei den Beschenken oder der Käufer davon so stehend als Dekoration. Genau, das kann man gut verwenden. Wenn du neben dem Produkt, das eine gewisse Einzigartigkeit hat, nochmal auch ein bisschen auf dich kommst und dich selber auch mal reflektierst als Gründerinhaber, was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften muss man da mitbringen, um so eine Idee auch wirklich dann zum Leben zu erwecken und wirklich auch ins Laufen zu bringen? Welche Eigenschaften braucht man als Mensch, um das hinzubekommen? Also ich weiß nicht, ob ich immer diese Gründerinstinkte in mir hatte. Ich bin mit 2021 nach Deutschland gekommen, wurde auch sehr schnell Vater, gleich als ich nach Deutschland kam und wurde auf irgendeine Art und Weise relativ schnell ins kalte Wasser Wasser geschmissen, um erwachsen zu werden oder um irgendwie beruflich auch durchzustarten. War halt erst sieben Jahre angestellt, hier in York sogar, beim Schiffsmakler und habe mich dann selbstständig gemacht. Das war halt der erste Sprung ins kalte Wasser, selbstständig, aber nach sieben Jahren hatte ich dann ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt, dass ich mir das auch zugetraut habe, mich selbstständig zu machen. Und ich würde sagen, die wichtigste Eigenschaft oder Charaktereigenschaft, was man haben muss, um sich selbstständig zu machen oder ein Produkt auf die Welt zu bringen, ist einfach sich das zu trauen. Und viele Produkte oder tolle Produkte gehen, glaube ich, verloren, weil die Leute nur den Gedanken haben und dann es dabei lassen und dann überlegen, was sie abends zu haben wollen. Also ich bin, seitdem ich Skinny gemacht habe, immer ein Fan davon, wenn ich eine gute Idee habe und auch wenn das nur eine Schnappsidee von zehn Sekunden ist, aber dass ich in dem Moment dran glaube, dann setzt sich das um. Und ich habe auch weitere Produkte nach Skinny entwickelt, was mir jetzt kurz davor ist, auf den Markt zu bringen, also einen eigenen sehr leckeren Rum, die Barill heißt, bekommt in ungefähr einen Monat auf den Markt, eine Weinlinie aus Italien, kommt auch in der Hand von zwei Monaten, heißt ragazzi, bedeutet Jungs auf Italienisch mit meinem Geschäftspartner zusammen. Und das ist einfach nur von einer Idee entstanden, wo man 20 Minuten Langeweile hat im Büro. Und da bin ich halt, sagen wir mal, seitdem ich Skinny gemacht habe, mein Fan davon, einfach es darum zu setzen. Ja, das ist spannend. Also dahingehend spannend, weil wir in unserer Arbeit ja ganz viel bei Menschen arbeiten, die ihnen oft dieses Vertrauen zu sich selbst fehlt und letztendlich dann auch vielleicht auch das Vertrauen in das Produkt, das sie vertreiben müssen, weil sie irgendwo angestellt sind als Vertriebler. Und ich glaube, das sind die zwei Wege, die sehr wichtig sind. Zunächst Vertrauen zu sich selber zu haben, selbstwirksam zu sein, das auch wirklich dann in die Tat umzusetzen und sagen, jawohl, das kriegen wir hin. Und gleichzeitig natürlich, dass es ja ein gewisser Prozess ist, auch das Vertrauen in das eigene Produkt zu haben, zu sagen, das wird sich durchsetzen. Und wir stellen immer wieder fest, dass dieses Vertrauen zu sich selber viel auch mit der Vergangenheit zu tun hat. Wo komme ich her? Wie bin ich aufgewachsen? Welche Werte habe ich vermittelt bekommen von Eltern und von meinem unmittelbaren Umfeld? Wo man auch in dieser Story ja schon erfährt und sieht, wenn ich da wirklich meinen Weg gehen möchte, dann muss ich eine der Resilienzfaktoren, so heißt das bei uns, in mir tragen. Das ist die Selbstwirksamkeit, zu wissen, das, was ich mache, das funktioniert. Und da ist ganz, ganz viel Vertrauen letztendlich notwendig und ganz spannend, dass du das letztendlich auch bestätigst. Ich habe das vielleicht auch ein bisschen pauschalisiert, weil das ist nicht so einfach, wie man es sagt, einfach an sich selber zu glauben und dann einfach machen. Das ist natürlich nicht so einfach gesagt für jemanden, der vielleicht nicht genug beiseite gelegt hat, um sowas einfach durchzuschlagen. Da braucht man Investoren oder man braucht erst mal einen kleinen Anfang. Das haben wir zwar auch gemacht, aber ich hätte die Möglichkeit, mich kein Gehalt von Skindian bezahlen zu lassen, sondern aus meiner Schiffsmaklerei. Und deswegen habe ich bis heute keinen einzigen Pfennig aus Skindian an mich selber ausgezahlt, einfach weil jeder Euro, was wir verdienen, neu investiert in Mitarbeiter oder neue Produkte. Und das ist halt für mich dann ein Tick einfacher gewesen, weil ich halt davor ein bisschen sparen konnte. Das ist natürlich schwierig, wenn man in München wohnt oder in Hamburg, wo man eine teure Wohnung bezahlen muss und ein Familie so ernähren hat zum Beispiel auch. Von solchen Gründern haben wir natürlich noch mehr Respekt als vor mich selbst, weil das ist halt noch ein steiniger Weg, als was ich gehabt habe. Konzentriert sich deine Arbeit irgendwann dann, wenn man so ein Business ins Laufen bringt, wird man da noch unternehmerorientierter, muss man wirtschaftlicher denken, kommt man mehr weg vom Querdenken, vom Freigeistigen hin zu dem, hey, das muss sich rechnen, das muss funktionieren. Wie ist da der Prozess über die Jahre? Als ich Skindian gemacht habe, habe ich erstmal das Produkt überhaupt geschaffen. Ich habe drei Großhänderglieder dazwischen gehabt, als ich die nackte Flasche eingekauft habe, das gleiche beim Korken und so weiter. Ich würde fast behaupten, dass meine Herstellungskosten der Flasche waren dreimal, wenn nicht viermal so hoch wie jeder anderen Gin auf dem Markt, weil wir eine besondere Flasche haben, was teurer ist als eine normale, standardrunde Flasche. Die Korken sind teurer. Allein die Ummantelung der Flasche kostet mir bis heute immer noch mehr als andere Produkte für die komplette Flasche, fertige Flasche mit Inhalt haben. Aber das war mir halt auch wichtig, einfach nur zu starten und dann kann man immer im Laufe der Zeit versuchen, die Prozesse zu optimieren. Das mache ich bis heute immer noch. Wir haben am Anfang jede Flasche hier in die Brennerei abfüllen lassen. Das habe ich jetzt zu mir in der Kurs der Rüde, wo mein Firmensitz jetzt ist, geholt. Da sind wir auch flexibler. Dann können wir halt die Anzahl an Flaschen füllen, was wir brauchen oder das auf Lage liegen, was wir brauchen. Und da spart man natürlich auch eine gewisse Anzahl Kosten. Und ja, ich finde es wirklich wichtig, dass man auch am Anfang einfach nur das Produkt erstmal kreiert und schafft. Natürlich muss es alles Sinn machen finanziell auch, dass man halt auch eine gewisse Struktur, selbst bei einem teures Produkt in die Herstellung, dass man trotzdem auch Großhändler, Einzelhändler und Endkunden Preise entwickeln kann, damit jeder auch dran verdienen kann. Sonst wird es halt nicht so erfolgreich. Aber Preisoptimierung können wir immer später machen. Ja, genau. Ja, das hört sich eben genau dementsprechend an, dass der Kreativitätspart anfänglich natürlich enorm wichtig ist, um seine eigene Marke auch zu entwickeln. Und dann wird man einfach immer mehr betriebswirtschaftlicher, um einfach das dann auch am Laufen zu halten. Ja, wir haben ja ganz viel über das Produkt jetzt gesprochen. Und auch nochmal zu mir. Also ich bin ja auch der Kreativgeist so ein bisschen in der Kontaktwerkstatt. Deswegen freut es mich auch ungemein, dass wir jetzt auch über so ein Thema sprechen. Weil das Wort Kreativität, Vision, Traum. Und wir haben ja schon anfangs gesagt, wir arbeiten ja ganz viel mit so Kreativitätstechniken. Und eine davon ist auch die Voltissene-Methode, die wir auch sehr gerne einsetzen mit unseren Teilnehmern, mit den Teams, mit denen wir arbeiten. Und ich weiß nicht, ob du von dir schon mal was gehört hast, von der Voltissene-Methode. Ist die schon mal, genau. Gut, dann ist, ich erkläre immer mal was dazu. Also das ist auch ganz kurz, also Kreativitätstechniken finde ich grundsätzlich spannend, weil wir da immer verschiedene Rollen drin haben. Aber auch speziell bei der Voltissene-Methode haben wir einmal den Träumer. Ich nehme quasi die Rolle des Träumers ein. Ich nehme die Rolle eines Realisten ein im zweiten Schritt. Und ich nehme die Rolle eines Kritikers ein. Und ich fand das jetzt super spannend, gerade ich habe das immer im Kopf ein bisschen so mitverfolgt, was du auch erzählt hattest, so in dem Prozess, wie das bei dir alles war. Und ganz am Anfang träumt man ja. Also du hattest ja dann damals so diese Idee, hey, Gin, ich habe da Lust drauf und das soll einzigartig sein, das soll anders sein. Und das war ja auch so ein Problem, mehr oder weniger, dass du gesagt hast, es gibt diesen Gin, den ich so geil finde, den gibt es auf dem Markt ja gar nicht. Also hast du voll geträumt. Und dann bist du auch sofort in den Realisten rein und hast gesagt, hey, was brauche ich, um diesen Traum auch umzusetzen? Wie kann ich ihn realisieren? Und da bist du ja im Endeffekt hierher gekommen, hast erstmal diesen Kurs gemacht, im Allgäu, was du erzählt hast. Und das ist ja auch klassisch, ja, was muss ich auch an Wissen erstmal, oder was brauche ich für Wissen, um das auch überhaupt umzusetzen? Und dann am Ende dann den nächsten Schritt zu gehen, wo habe ich in der umnäheren Umgebung eine Brennerei, die mir hilft, die das mir abfüllt, ja, Korken, Verpackung, alles. Wie, was brauche ich überhaupt, um es umzusetzen? Und am Ende gibt es trotzdem diesen Kritiker, der dann wieder sagt, ja gut, ist das jetzt in Ordnung, wie ich das gemacht habe? Oder brauche ich da noch was anderes? Funktioniert das vielleicht gar nicht? Und auch diese Ausdauer zu haben, ja, was brauche ich denn alles, um es trotzdem auch umzusetzen? Würdest du es unterschreiben so? Also wie ich das gerade beschreibe, war das so ein... Gibt es diesen Prozess, diesen Träumer, den Kritiker und diesen Realisten noch davor? Also kannst du das nachvollziehen? Ja, definitiv. Also wie du es gesagt hast, dann bin ich wahrscheinlich ein kritischer, realistischer Träumer. Das ist gut so. Ja, genau. Weil, ja, alle Prozesse waren halt mit dabei und, sag mal, kritisch natürlich noch mehr, nachdem das Produkt entstanden war, kritisch gewesen. Bei mir... Die Optimierung dann auch am Ende... Ja, die Optimierung, ja. Also kritisch bin ich halt wenig in die Herstellungsprozesse. Da will ich einfach nur das machen und das ist ja auch eine Schwäche, dass ich manchmal nicht über alle finanziellen Aspekte denke, damit wir einfach nur das Produkt schaffen und dann, auch wenn es ein halbes Jahr, Jahr länger dauert, bis ich, sag mal, das verlorene Geld oder das Geld, was ich falsch investiert habe, wieder so bekommen, dann ist es mir egal. Das geht erstmal nur um das Produkt zu erschaffen, wie ich das erträumt habe. Sehr schön, ja, weil diese, vor allem auch, was ich bei dir sehr spannend fand oder das, was es auch zeigt, du hattest auch, glaube ich, diese Ausdauer, in dieser Realisierungsphase recht lange zu bleiben. Und dann hattest du ja auch erzählt, es gibt ja Leute, die entwickeln den Gin oder entwickeln Produkten, das ist gut, das geht aber nicht weiter. Vielleicht wäre jetzt auch so die Frage, warum? Vielleicht sind sie zu schnell im Kritiker. Das kann auch wohl sein, ja. Also, das war ja letztendlich die Antwort des Herrn Messels, so ungefähr, ja, bei mir kommen viele, die wollen den Gin machen. Genau, richtig, ja. So ungefähr, und wenn die dann mal realisieren, was das alles kostet, vom Realisten zum Kritiker. Ja, die werden halt schnell in die Rolle vom Realisten gebracht, was die realisieren, oh, das ist so teuer oder, ja, da muss ich so viel Liquidität oder investieren, bevor ich irgendwann vielleicht das Geld wiederholen kann oder auch ein bisschen was dran verdienen kann. Unsere Erfahrung ist, dass wir, wenn wir mit Teams arbeiten, die neue Ideen entwickeln müssen und Produkt weiterentwickeln müssen, sind wir auch ab und zu mit dem Boot, dass sie diese Träumerphase ganz schnell verlassen, weil gerade auch natürlich in Deutschland, der Deutsche... Das fällt schwer. Boah, jetzt soll ich irgendwas Unrealistisches träumen, das können wir eh nicht umsetzen, dann brauchen wir gar keine Zeit verschwenden. Sind sofort den Kritiker. Genau, aber gerade dieser Part, das zuzulassen, darüber nachzudenken, zu träumen und vielleicht auch Visionen zu haben, wo man sagt, das ist vermeintlich unrealistisch, die führen dann aus unserer Erfahrung heraus oft zu einem sehr, sehr coolen Produkt. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist letztendlich das Skin, das Design der Flasche. Die, die nur zuhören, die sehen es jetzt nicht. Ihr müsst auf YouTube dann schauen. Da sind nämlich vier Exemplare des Skinchins da. Und wie du ja vorhin schon beschrieben hast, das Besondere an diesen Flaschen ist ja letztendlich die Ummantelung. Wie kommt man dazu und da drauf, dass man sagt, ich möchte das haben? Also das ist ja auch eine Form von Querdenken. Das ist eine gute Frage. Ja, das war, ich hatte erst mal, unser Logo ist ja so ein filigranes Anker. Und das habe ich als ein Tattoo auf Pinterest gesehen. Okay. Und ich bin halt kein Grafiker, ich habe einen Grafiker-Freund gehabt, der hat gesagt, das möchte ich als Logo haben, weil Anker, Bände machen, Bezug zu die Schifffahrt, wo ich herkomme, Bezug zu Hamburg als, als mal Seefahrerstadt. Und Dänemark sowieso, wo ich herkomme, was auch eine Seefahrer-Nation ist. Plus die Gin-Trinker zurück in die Zeit, war halt auch die Seeleute, die Gin-Tonics auf die sieben Weltmeere getrunken haben. Und da wusste ich halt noch gar nicht, dass es eine viereckige Flasche sein sollte. Das kam eigentlich auch wieder als Zufall, als ich dann einen Namen ausdenken sollte. Dann habe ich halt, Tattoo ist auf Haut, auf Englisch ist es halt Skin, Reimsink mit Gin und Skin Gin. Das Domain war frei. Das ist immer wieder Klassiker, der Realist. Das ist ein richtig gutes Beispiel. Wie kann ich das Domain ist frei machen? Brauch mal, wie mache ich? Sehr cool. Sehr cool, ja. Und da kam halt dazu, dass ich dann diese Flaschenform gesehen habe. Und erst mal mit so gerade Korken probiert habe, das sah nicht so toll aus. Und da hatte ich auch noch gar nicht die Flasche ummantelt, sozusagen. Und dann habe ich halt diese Flakonkorken gefunden beim Händler und habe die dann kombiniert und im gleichen Atemzug halt gesagt, Skin, Gin, Skin, das ist eine Haut. Jeder ist komplett ummantelt von Haut, sozusagen. Und dann habe ich halt gedacht, ich habe bisher auch keine komplett ummantelte Flasche gesehen. Im Gin-Bereich, wenn dann haben die so einen Sleeve, wie das heißt, so eine Plastikfolie, was rumgeht, wo es in jeder Flasche gleich ist. Und ich wollte halt was Hochwertiges, was Luxuöses. Und deswegen habe ich halt auch die Variante gewählt, wo jeder Flasche heiß geprägt wird. Das ist kein Druck, sondern Heißprägung, was natürlich auch die teure Variante ist. Und jeder Flasche wird bis heute immer noch per Hand um jeder Flasche gewickelt. Sprich ist jede Flasche ein Unikat. Und deswegen kam halt der Name auch gleich zu Flasches. Jetzt ist es bei uns in der Arbeit ganz oft so, dass wir reden ganz viel über Kontakt, über Kontaktaufnahme. Und die Haptik ist ja ein gutes Werkzeug, um in Kontakt zu kommen, was ja letztendlich auch für diese Flasche spricht. Also wenn man die in die Hand nimmt, das fühlt sich gleich ganz anders an. Kann man daraus auch ableiten, dass dir Kontakt zum Kunden, Kontakt zum Abnehmer, dass dir das wichtig ist, dass du auch darüber nachdenkst und sagst, hey, Haptik ist mir ein wichtiges Gut bei meinem Produkt? Das hat halt viele Hintergründe auch wegen dem Skinny. Ich habe vorhin gesagt, am Anfang konnte ich mich zwischen zwei Haptics oder zwei Designs nicht entscheiden. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme mich einfach beide. Und bis heute, wir haben viele verschiedene Designs, aber immer denselben Inhalt. Und deswegen, mir ist immer sehr wichtig, Kontakt zu Leuten zu haben. Ich komme halt als Schiffsmakler aus einer Branche, wo man halt nur noch Kontakt hat mit Leuten auf Handy, Telefon oder in Persona. Und mir interessiert halt Geschichten von allen Arten von Leuten. Kein Mensch ist mehr wichtiger als andere, außer meine Familie logischerweise. Aber egal, ob du Milliardär bist oder ob du Zellerwäsche im Restaurant bist, du bist nicht mehr wert, weil du mehr Geld hast. Und deswegen ist halt die Kontakte zu allen Arten von Leuten ist sehr wichtig. Und deswegen habe ich auch jetzt viele verschiedene Designs und Haptics gemacht, ein bisschen um zu symbolisieren, dass wir haben alle unterschiedliche Haut, aber im Herzen sind wir alle gleich. Deswegen auch das gleiche Produkt. Voll schön. Spannende Message auch noch draußen, dass man auch anhand einer Gin-Flasche diese Message transportieren kann. Das finden wir beide und letztendlich denke ich auch sehr, sehr viele andere sehr, sehr, sehr spannend. Gerade auch, weil dieser Part der Individualisierung, den du ja mit deinen unterschiedlichsten Skins hast, auch nach draußen transportierst. Und was ich finde, und so nehme ich dich auch wahr im Kontakt, wir kennen uns jetzt eine halbe Stunde, dass da auch eine gewisse Selbstlosigkeit da ist. Weil das, was du mit anbietest, ist ja auch, dass Firmen deine Flasche mit ihrem Logo laden. Genau. Das bleibt halt immer bei Skinjin, also unser Logo steht im Vordergrund, aber auf die Schulter, wie wir das nennen, auf die Flasche und vorne, neben dem Anker kann man halt, sagen wir mal, ab 100 Stück kann man halt eine eigene Flasche passend zum CI von deinem Unternehmen machen lassen. Und das ist halt ein super Konzept, was halt immer noch zum Thema passt. und alle gewinnen in die Kette sozusagen. Ich gewinne, weil die 100 Flaschen auch feinmalen verkaufe. Klar. Der Kunde, der das im Auftrag gibt, gewinnt, weil er ein luxuriöses Produkt bekommt, was man 100%ig vom Steuer absetzen kann als Firmengeschenke. Und der Beschenkte wiederum gewinnt, weil er ein tolles Produkt bekommt, was im Handel auch hochwertig ist und einzigartig schmeckt. Das heißt, wir haben ein einzigartiges Produkt und deswegen wird ein einzigartiges Produkt auch an dem einzigartigen Kunden verschenkt sozusagen. Und das ist mittlerweile ein Viertel von unserem Umsatz ist für Unternehmen, die ihr eigenes loben. Auch wieder eine besondere Form des Querdeckungs am Ende des Tages. Und auch sehr nah an den Kunden, sodass auch wirklich geguckt wird, was braucht man gegenüber, was wünscht er, was kann ich anbieten, um auch diese Nische zu füllen. auch wieder Kontakt zum Kunden, zum Nutzer. Und das ist halt, man könnte sowas in einem Video auf YouTube oder man könnte eine Werbung dafür schalten. Das möchte ich halt nicht, weil ich möchte, dass es exklusiv bleibt. Deswegen, wir sprechen, also wir haben jetzt bisher, das ist 200 verschiedene Editionen gemacht, wir untersaugen, einen kleinen Unterschied zu großen und kleinen Unternehmern, weil halt die Preise können jeder absetzen als Unternehmer vom Steuer. Das ist halt nur wichtig, dass man keine Unterschiede macht. Keine kriegen auch keine besseren Preise, weil du Lamborghini heißt oder oder ob du Dachdecker auf Süd bist, da kriegst du halt die geile Preise und das ist halt wichtig, dass wir diese Message, dass man überhaupt das machen kann, auch direkt an den Kunden vermitteln, damit man die gleich in dem Moment begeistern kann für das Produkt. Also meistens passiert das, dass wir einen Tietonic einschicken auf eine Messe oder oder in einem Supermarkt zum Beispiel, dass man Verkostung macht und wenn die dann vom Produkt gecatcht sind, dann ist es halt sehr, sehr einfach mit dem direkten Kursachzugkunden auch zu überzeugen, dass man sowas machen lassen kann. Sehr spannend. Ich würde noch ein paar Minuten darauf verwenden, um nochmal auf dich als Mensch zurückzukommen, weil wir auch das immer wieder feststellen in unserer Arbeit, dass ein beruflicher Erfolg oder die berufliche Tätigkeit, ob Misserfolg oder Erfolg ist, ist letztendlich egal, ein Stück weit auch deine Persönlichkeit entwickelt. Und wenn du dich da selber betrachtest in den letzten Jahren, was würdest du da sagen, wie hat die Entwicklung des Unternehmens von Skinchain letztendlich auch deine Persönlichkeit entwickelt? Gibt es da Eigenschaften, die du dazugewonnen hast, die du entwickelt hast oder gibt es vielleicht auch Eigenschaften, die du verloren hast? Definitiv, so gut wie auch. Also klar, ich war halt sehr jung, wie gesagt, als ich nach Deutschland kam und auch die Verhältnisse sehr jung, als ich das Kindchen angefangen habe vor fünf Jahren. Anfang 30, also ich bin jetzt 37, aber 32 muss ich gewesen sein. Ich hatte halt auch gleich nach eineinhalb Jahren einen Rechtsstreit mit meinem Grafiker, weil ich bin, habe halt nie ein Produkt auf den Markt gebracht und deswegen wusste ich nicht, dass man separat so die Rechnung, was man für die grafische Leistung bezahlt, auch noch die Rechte sich sichern muss, also die Nutzungsrechte und als wir dann irgendwann auseinander gegangen sind, kam hinten rum eine Klage und ich musste knappe 200.000 Euro abbezahlen für meine eigene Idee, sozusagen. Das prägt. Das prägt, aber trotzdem hat das mich nicht geknickt, weil ich bin halt immer die Überzeugung gewesen, man trifft sich immer zweimal im Leben und ich mochte nie Geld von anderen Leuten ausgeben und ich hoffe auch nicht, dass derjenige mag das Geld von mir auszugeben, sozusagen, und trotzdem hat es mich nicht geknickt, sozusagen. In dem Fall habe ich halt daraus sehr viel gelernt und weiß jetzt für die nächsten Produkte und auch mein weiteres Vorgehen bei Skindian, wo ich aufpassen muss. Da kommen trotzdem immer wieder neue Überraschungen. Es gibt immer so Abmahnanwälte, die sich lustig finden, Produkte abzumahnen für was auch immer und da würde wahrscheinlich jeder Unternehmer, der gerade angefangen hat, sofort bezahlen oder irgendwie nicht schlafen können nächtelang. Das ist mir mittlerweile ein bisschen egal geworden, weil ich halt weiß, dass man entweder eh nichts machen kann oder man einfach dagegen klagen kann und dann löst sich das vielleicht. Vielleicht fehlt mir da mittlerweile ein bisschen an Emotionalität auf der Ebene, aber auf jeden Fall hat man sehr viel daraus gelehrt. Also ist ja letztendlich ein Beispiel dafür, dass man widerstandsfähiger wird. Man wird robuster, man lässt nicht alles an sich ran, auch emotional. Was man jetzt vielleicht so interpretieren kann, dass man unemotional wird oder man wird halt einfach robuster, um auch stabil zu bleiben, weil auch das ist ein Punkt, den wir sehr, sehr oft haben, wie stabil sind Persönlichkeiten, wie stabil sind Fach- und Führungskräfte. Ich glaube, gerade wenn man so ein Unternehmen letztendlich auch weiterentwickeln möchte, dann ist Stabilität ein sehr, sehr wichtiger Part. Absolut. Aber diese Ruhe auf jeden Fall, das sagen mir auch viele, dass man mit mir gar nicht streiten kann oder dass sie auch nie erlebt haben, dass ich mich aufgeregt habe und dass ich böse gewesen bin. Da muss wirklich sehr, sehr viel passieren, bis ich was sage, auch meine Mitarbeiter, alle, die haben sehr, sehr viel Freiheiten, was ich genau gebe und dann erwarte ich natürlich auch einen gewissen Vertrauen oder Respekt mit der Freiheit, was man bekommt und die spüren schon, Eltern, dass ich enttäuscht bin, wenn sie das nicht sagten oder wenn sie damit nicht respektvoll umgehen. Aber so mich richtig aufregen, das tue ich halt nicht, weil am Ende des Tages ist halt immer noch nur Geld oder eine Flasche Gin, was vergänglich ist, worüber wir reden, dass es halt kein Menschenleben steht. Von daher kommt meine dänische Gelassenheit zu, sehr stark durch viele Ebenen. Also nachdem ich in meiner Familie auch einen Dänen habe als Schwager und ihr seid da sehr ähnlich in der Gelassenheit, in der Entspanntheit des dänischen Volkes ist da scheinbar überhaupt so und ich glaube das ist eine wichtige Eigenschaft. Wo kommt er her? Boah, der Ort genau, den kann ich dir gar nicht sagen, aber das ist die Insel, wo Kopenhagen auch mit drauf ist. Schelland. Ja, genau. Ja, super. Wir kommen zu einem Part, der heißt Schlagabtausch. Das ist unser wiederkehrendes Element in unserem Podcast und wir werden dir jetzt drei Begriffe geben und du hast die Aufgabe aus dem Bauch raus, weil wir sind Bauchmenschen, wir lassen gerne unser Bauchgefühl sprengen, du darfst aus dem Bauch raus einfach das sagen, was dir dazu einfällt. Runde eins, wird geläufig sein, der Begriff Probe 21. Probe 21? Ja. Nee. Nee? Habe ich so mitgenommen, das war die Probe. Bei mir, ja. Die Probe 21 war doch die Probe, die letztendlich dann zu 100% erfolgreich war. Ja. Was mir dazu einfällt, ist logischerweise, das war das herausschlagende Punkt, dass ich überhaupt Skinjin gemacht habe. Also ich hätte das schon irgendwann sowieso gemacht, aber das war halt die Entscheidung, was dazu geführt hat, dass ihr alle Skinjin genießen könnt. Ja. Also so ein wichtiger Punkt in der ganzen Entwicklung, wo du gesagt hast, jetzt bin ich jetzt kann nach vorne gehen. Okay. kann man als Stichwort sagen. Ja. Runde zwei. Genau. Heimathafen. Heimathafen, da hat lustig, weil es sind viele Aspekte, weil Heimathafen ist natürlich altes Land, wo ich meinen Heimathafen gefunden habe. Mein Heimathafen ist auch noch Svenborg in Dänemark an der Ostsee, wo ich herkomme. Plus in Steinkirken, wo ein kleines Dorf, jemanden Land, wo alles gestartet ist, haben wir so ein Event Location, wo wir auch Gin Tastings machen und der heißt lustigerweise Heimathafen altes Land. Okay, cool. Mensch, passendes Wort. Genau, und deswegen symbolisiert die Flasche im Prinzip Heimathafen. Wir haben alle irgendwo auf der Welt unser Heimathafen, egal wo wir sind. Und deswegen auch der Anker, der symbolisiert das. Überall haben wir einen Hafen. Spannend. Okay, Runde drei ist eine Frage an dich. Geruch oder Geschmack? Geschmack. Warum? Geschmack, weil Geruch auch wichtig ist. Sehr diplomatische Antwort. Wenn du jetzt an deinen Skin Schirm denkst, was ist da entscheidender aus deiner Sicht? Klar, wenn du die Flasche aufmachst, ist Geruch sehr entscheidend. Klar habe ich meine Entscheidung zu Probe 21 erst mal durch Geruch genommen, weil oft, wenn du einen einen holler lastigen Gin riechst, ist er sehr sprittig in die Nase und wenn du zu nah dran kommst oder zu lange riechst, tut das fast weh in die Nase. Das hast du bei Skindy nicht. Du hast sehr hoher Anteil an ätherischen Ölen, insbesondere die Minze und die Citrus Noten und da hast du einfach nur diesen erfrischenden und fruchtigen Geruch, wo du nicht mal das Gefühl hast, dass du unbedingt Alkohol riechst. Deswegen ist natürlich Geruch sehr entscheidend für den ersten Eindruck. Natürlich dauerhaft muss der Geschmack kommen und deswegen ist natürlich Geschmack ein Tick wichtiger als der Geruch, weil das ist halt das, was nachher bleibt, wenn man das Produkt probiert. Mir war es wichtig, diese Frage an dich zu stellen, weil ich selber auch gerne Gin trinke und ganz unterschiedliche Gins und das immer wieder feststelle, dass der Geruch sehr speziell ist manchmal, wenn man das Ding aber dann trinkt, und zwar pur, ohne Tonic und ohne Eis, wo man ja dann wirklich einige Geschmacksnoten in der Regel auch rausschmeckt, merke ich dann immer wieder, dass ich mich da anfänglich ein bisschen enttäuschen habe lassen vom Geruch und wenn man das dann mal auf der Zunge hat und das dann runterläuft, merkt man eigentlich, was er kann oder eben auch nicht. Es gibt auch Gins, die können es nicht. Das ist so. Dadurch, dass es so ätherisch ist, wir haben wie gesagt sieben Botanicals und die werden alle einzeln destilliert, das tun wir um der höchste Anteil von den ätherischen Ölen aus jedem einzelnen Produkt zu bekommen und bei der einzelnen Destillation kriegt man ja fast 100% aus jedem einzelnen Botanical und dann erst danach werden die sieben Destillate geblendet in Skin sozusagen und das macht wirklich diese sehr milde und auch sehr ätherischen Geschmack aus und deswegen braucht man auch nicht unbedingt 6-7 Centiliter Skin für eine kleine Tonic Flasche sondern kann man auch den gleichen Geschmack bei 3-4 Centiliter bekommen und man wird auch weniger betrunken wenn man ein paar mehr trinkt aber das kommt einfach weil die Geschmäcker sind so konzentriert und das sind halt Essenzen von den Geschmäckern was wir zusammenstellen Spannend Mensch wir sind schon wieder am Ende angelangt dieses Podcast extrem viele Impulse auch nach draußen ein Stück weit wenn man das zusammenfassen kann ist es am Ende des Tages schon denke ich sehr sehr wichtig und das ist das was mir hängen bleibt wenn man heute ein Unternehmen nach vorne bringen möchte wenn man ein Inhaber ist von einem Unternehmen ist dieser Part des Querdenkens ein sehr sehr wichtiger Part vor allem am Anfang aber was mir vor allem hängen geblieben ist und es ist schön dass du das auch mit uns geteilt hast ist das Vertrauen in sich selber zu haben und irgendwann natürlich auch das Vertrauen in das Produkt dass es erfolgreich ist was denke ich schon so ein Stück weit ein Startschuss ist für jemanden um da in die richtige Richtung zu gehen vielen Dank für die Einblicke in die Welt des Gins und vor allem in die Welt des Skin Gins es war sehr sehr interessant für uns sehr sehr spannend ich denke auch für unsere Zuhörer und Zuschauer war es spannend von daher lieber Martin vielen herzlichen Dank Dankeschön dass ihr im Norden gekommen seid sehr sehr gerne und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg auch mit deinen neuen Produktlinien die rauskommen kurz für euch da draußen wenn ihr ins alte Land fahrt und wenn ihr da seid also erstmal die Empfehlung kommt ihr her es ist echt cool die Edelbrennerei hat auch einiges zu bieten schaut gerne hier bei der Norden Edelbrennerei vorbei kauft euch ein Skingin ich kann ihn empfehlen ich habe ihn auch bereits getrunken von daher absolute Kaufempfehlung und dementsprechend ja freuen wir uns wenn ihr Anregungen habt Ideen habt schreibt uns und da sind wir immer ganz erfreut wenn Kontakt aufgenommen wird mit der Kontakt Werkstatt sehr schön in diesem Sinne macht es gut und bis bald ciao ciao